hallo und herzlich willkommen da bin ich wieder eure sandora ja und wir schauen heute mal in giant live rein ja einstellen können wir uns hier nur musik und den sound also an und aus machen ansonsten bedarf es keinen weiteren einstellungen ja grafisch simpel schlicht gehalten aber sieht richtig gut aus so gefangene haben wir ja auch und wie ihr schon seht wir können uns nur porten ist das ach das soll ein auge sein aber kein snap turn also drehen müssen wir uns dann selber aber wir müssen uns nicht viel drehen ja wir haben hier viele städtchen also einzelne level bis 22 und dann steht hier hinten fragezeichen wer weiß was da passiert tutorial haben wir auch da gucken wir auch gleich mal rein so da ist unser kleiner erklärbär der sieht schon echt cool aus ja wir stehen hier auf so einer ausbuchtung anhöhe und müssen dann die häuser hier zerstören dafür haben wir dann halt verschiedene steine einmal normaler stein feuerstein eis stein gift stein und was ist ja was immer das ist der wird irgendwie größer kann ich ja eben mal zeigen aber man muss wirklich schon treffen so der ist richtig geil weil wenn wir daneben hauen fliegt er einfach irgendwo hin und ditscht irgendein haus der frostbowl der zerteilt sich wenn er auf dem boden aufkommt in vier teile und da muss man wirklich präzise werfen dass man am besten ja viele dinger kriegt und wenn ich jetzt aber in so ein haus hier schmeiße und der den direkt trifft teilt er sich nicht mehr so der feuerball den können wir auch gezielt auf dem haus schmeißen aber wir können dann noch den träger drücken zack und dann teilt er sich in drei teile auf so jetzt gucken wir mal die menschen können wir die auch abwerfen abschießen ja nicht getroffen treffe ich keinen von gucken jetzt so jetzt dafür gibt es nämlich auch punkte na ja das wird auch nichts aber muss ich hier echt ein bisschen einfuchsen weil umso höher wir werfen um so unweit fliegt er ja das ist ein satz mit x hier na ja dann nehmen wir doch den grünen einfach mal und zack ja so das war das tutorial und dann gehen wir mal ins menü so und dann würde ich sagen fangen wir auch gleich mal bei level 6 an ja die anderen habe ich ja schon gespielt aber level 6 habe ich bisher nicht geschafft denn es wird immer komplizierter irgendwie so und wir haben jetzt auch nur noch in den levels eine vorgefertigte anzahl an bälle wenn wir die aufgebraucht haben dann ist vorbei und wenn nicht alles zerstört ist ja haben wir verloren also der suchtfaktor ist hier definitiv gegeben weil man es einfach schaffen will und man weiter vorankommen möchte und ja würde ich mal sagen fangen wir mal an so jetzt kann ich nur hoffen ja er trifft natürlich irgendwelche kleinen gegenstände nur eins so jetzt komm nein ja ich schaffe es wieder nicht glaube ich zack also da muss ich jetzt wirklich extrem Glück haben was aber glaube ich nicht passieren wird oh nein das war zu weit oh gar keinen getroffen jetzt ne auch wieder zu weit na eins habe ich gekriegt ach nochmal ja und wieder nur eins zack zack und ja zum scheitern verurteilt oh den treffe ich doch auch nicht ne ach da steht nämlich noch ein kleines häuschen und da hinten stehen auch noch welche ja verloren würde ich sagen nochmal da müsste jetzt schon wieder jeder Schuss treffen nein puh guck mal der hätte so nicht das andere da was ach man ok also selbst wenn man teilweise denkt man verkackt ne da braucht nur ein Glückstreffer bei sein ok nur zwei probiere ich erst da ganz hinten mit dem ja mit so einem ok ok gucken wir mal bitte jo ok da habe ich das Haus schon mal das grob ok das kleine nicht gekriegt gucken wir mal ja komm ok haben wir das schon mal das so dann nehmen wir hierfür nochmal einen Splitter ah ok nochmal einen Splitter probieren wir es probieren wir es ok dann machen wir erstmal die kleinen hier mal gucken zack zack den noch nein das war zu weit komm zack zack so jetzt habe ich noch drei Versuche für Dishäuschen und jaha ich habe Level 6 geschafft ja würde ich sagen gehen wir noch gleich ins nächste ja ich denke mal ab Level 10 nachher kriegen wir vielleicht auch so grüne Bälle und die pinken so so das ist hier aber richtig übel verteilt ne wie soll ich das denn machen oder ganz hinten auch noch jo das sieht doch voll toll aus so gucken wir mal da hinten komm mach mir beide Häuser weg an der ok das andere dahinter gucken dazwischen oh nein machte mir nur das eine weg warte mal für den nehmen wir das hier erstmal weg wo ich mich dahin übern gucken kann ok das weg das weg den den puh ach der das fliegt doch überhaupt nicht uah ne uah am liebsten ein Haus so ja das geht sich nicht aus ok Feuerball ach ich frage mich wie du da ganz hinten hinkommen willst uah ja verkackt so nochmal also schon echt krass wie man das Spiel ja auch suchten kann so ich treff die da hinten oben nicht ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll oh shit oh shit den 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 ach das klappt doch auch nicht ne das zweite Häuschen macht er mir nicht ach ach wie soll ich denn da hinten oben ankommen verstehe ich nicht das geht gar nicht zack nein nein das vergocken wir ja wieder ja ja ich habe echt keine Ahnung wie ich da ganz hinten oben ankommen soll genauso wenig wie da hinten oben nochmal so hier können wir uns so jetzt nochmal die Häuser anzeigen lassen aber das hilft mir ja auch nicht weiter weil ich da ganz hinten oben nicht hinkomme oder oder gibt es hier irgendeinen Schleudergriff äh Wurf ah ja super nicht mal eingetroffen ich krieg den da oben nicht rauf ne wobei ich so schmeiße ach gucke mal an Leute von unten läuft zack hier machen wir gleich nochmal in schön hoffe ich so starten wir noch einen Versuch in Level 7 so komm frosty boli mach lieb jetzt waa waa nein wieso nur eins waa das noch weg gucken Nur eins. Oh, dahinter steht da auch noch ein kleines What the Fugu. Oh, den habe ich falsch geschossen. Komm. Nein, zu weit. Komm. Oh, das trifft der aber da oben nicht. Übel. Ja, aber das schaffe ich nicht. Okay, da muss ich mir irgendwie mal eine andere Taktik einfallen lassen. Ach, scheiße. Ah. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. So, komm. Ja, hier wäre jetzt so ein grüner Ball richtig cool. Oh nein, das Haus hat er nicht mitgenommen. Ja, wieder verkackt, ey. Ja, also hier muss ich definitiv noch ein bisschen üben. Aber ihr seht schon, also man will es unbedingt schaffen. Und wie gesagt, also Suchtfaktor ist da. Spiel ist zwar simpel gehalten, aber macht trotzdem echt Fun, muss ich sagen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wird's uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut auch gleich noch mit auf die Glocke, damit ihr immer fahrt, wann es was Neues bei uns zu sehen gibt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.